Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1. Ich bin Zwiebel Justin und ich wünsche euch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Im letzten Part haben wir ein bisschen mit Wirt gekämpft. Und ich muss sagen, Wirti Wirt oder Wurwurr oder wie auch immer es so genannt werden möchte. Ja, die hat ein bisschen was drauf. Ja, ja, und ich denke mal sie wird eher ein Caster als ein Nahkämpfer sein. Daher muss ich nochmal gucken, was genau ich jetzt mit ihr mache. Aber egal, wir gehen jetzt einfach wieder nach dem Mix. Es ist fertig, wir können jetzt Nap Nap save. Ich dachte, es wäre mehr komplex, aber es war viel einfacher als erwartet. Well, I was surprised that the receipt of the antidote could be goggled. Lan Lan thinks you should give it the medicine now. Okay, Nap Nap. Open wide. She has her lips shut tight. It really stinks, so I think she must have shut her mouth by instinct. No? Bad Nap Nap. If you don't open up, I'll pour it through your nose. Lan Lan thinks that it's not a good idea. I know, this kind of scene, you have to pass it mouth to mouth. Mouth to mouth? Yes. Isn't it romantic? Just like Snow White. I guess so, but to put it into action is... Does Lady Bird dream of being kissed by a prince, too? My, of course. Only I prefer my prince to B2D. But seeing Neptune awaken with compassed gentle kisses is romantic, too, no? Wow. Oh no, stop gazing at me with your blank stares. Lan Lan can't comprehend. I-Iffy, don't tell me you. I didn't hear what you said. What? What? Lan Lan can't confirm Lady Bird is petrified and shocked. I know! Nap Nap should take the antidote with her favorite pudding. Just like making a kid eat rare vegetables. That might actually work. Oh, no. I meant I was going to make an antidote pudding. What? Ja, was? Lan Lan is surprised you made it. The color is unique. Open wide. It's Nap Nap's favorite pudding to the rescue. Uh... Lan Lan is surprised their mouth opened it. I can't believe how easy Nap opened her mouth to the pudding. The pudding is mightier than the sword, I see. Oh no. Nap Nap, are you feeling better? Hurry and wake up. It'll take some time before the effect appears, so let's wait. Neptune, back in business! What? Is it? Yeah? Nap Nap, it's Nap Nap! Ah, I'm sorry, Kampa. Looks like I made everyone worried. Hello. We're here too, you know. Oh, yes. Well, thanks to you too, Ify. Now, this is what friends are about. My, my. And no words of gratitude to me. I'm one too. And, 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 who are they? Neptune has been added. Neptune learned blade and spear. Word learned blade and spear. Linked attacks. Linked attacks made, made between coupled characters. Coupling skills. C skill, I can, F skill. Formation skill between characters in battle. Ah, okay. Link with multiple characters to unleash a hyper-dimensional excellent drive. Ah, hyper-dimension. Daher kommt das also. Okay. An X-Drive skill using multiple characters is a linked attack. These attacks will expand the X-Drive goal. There are two types of linked attacks. Coupling skills and formation skills. Coupling skills are linked attacks by partners. The pair must be in the same form in order to perform the attack. Formation skills are linked attacks by Voo's attack-active battle. This requires the character to be in the same form. So, Lady Verge helped us save you. Lan Lan too! That wasn't hero-like for me to get poisoned. Shame on me. I'm sorry, Nip. It could have been avoided, but I couldn't do it. Oh, you worry too much, Ify. Come on, come at me like you usually do. I mean, my jokes and puns don't shine without you taking jabs at me. Nip, can't believe how quick you're back to normal despite all this. Now that's my iffy. And a thanks to you too, Vert, Lan Lan. Please, it was my pleasure. But you are a goddess too, so you do be careful. Huh? Lady Vert, did you know Nip was a goddess? Yes, from the very beginning. I'm sorry. I'm sorry. Wait, why the silence? Why is the air so cold all of a sudden? Oh, I know. Everyone's uncomfortable because I was fighting Vert in the console war. Nip, you're not helping to clear the air with your comments. Oh, right. Well, you know me, I really can't take this serious feel. But I can transform to kind of outlast this serious scene. My, I've only heard through rumor, but you are quite interesting. Ify, Kampa, no need to worry. I'm not interested in the console war. Really? Ah, sorry. Why, if I was truly an enemy, I would not have helped at all. But as a goddess, why are you not interested in the console war? We have fought for a very long time by heeding the word we received. What do you mean, word? We heed the word of the former goddess who had created us. So the former goddess is like your mother. I did not see the former goddess much as a mother, but I suppose so. And truth be told, as long as I have my games, I care less of being a god. That was quite blunt. Hmm? The lady is exceeding my expectations. In a bad way. Hehehehe. What's your thoughts, Neptune? Do you want to gain rule of the world? Hmm. Well, I'm not sure, especially without my memory. Is that true? Yes. Apart from Nep-Nep's name, she can't remember a thing. I can confirm. Heh. I actually learned I'm a goddess from Noir. Noir? Ah, Last Station's goddess. So that means you've already... Yes. She didn't seem to like Nep-Nep at first, but now they're best buddies. I'm amazed you could get along with that hard-headed Noir. Well, I am the main character of the game after all. Yay! It seems I can trust you with what I wanted to speak on. Oh? Like, inviting us to play online? I don't mind, but I want to be an elf. My, I would love to have you all join my sessions, but that's not it. What I wanted to... Oh my, it's so late. Well, could you come tomorrow? We would, but the Basilicom thinks we're messengers of Momus. Well, that is not of concern. I will take care of everything. So, Ify, please rest up. No one noticed me. Oh, Ranran. Oh, Ranran. Oh, Ranran. Du bist toll, Ranran. Lass dir von... Red dir nix ein. Du bist einfach toll, Ranran. It feels a bit weird to head into the Basilicom after all that. I'm sure Lady Bird has this all figured out. Let's go inside. Sorry, Ma'am. Yikes! Sorry for the problems last time. Wow, would've thought you can be terrified from an apology. What's this all about? Ify, I've been waiting for you. Well, I suppose this means we are all in the clear. Yes, no need to worry anymore. I've asked Eivor kindly to not do this again. Isn't that right, Eivor? Yes, I will never do it again. So, please forgive me. Wow, he's really freaked out. I'm not even going to ask what asked means. Oh my, that is a special secret, isn't it, Eivor? Now, there's something of urgency I need to speak of. Follow me to my room. To be frank, I need for you to recover my lost power as goddess. That was like a straight ball down the middle. Um, what happened? It was on the day I was returning from an event I attended in secret. I was tired after a whole day of walking with goods I bought at the event. Then someone attacked me and the next thing I knew my power was gone. Oh, I can relate. All that walking at an event can really tire you. So, what happens when you don't have your power as goddess? Well, I start aging like normal and I cannot use hard drive divinity. I see, so that's why Lady Bird didn't use HD at all. So, you're just like me, a normal person? Exactly. Hence, I need the power back to prevent my aging process. Losing beauty and ability to play in future titles is fear itself. I must stop this aging at any cost. Kampa, tell me what to do here. Should I point out some things? I don't know, but I think it's best to leave it alone. So, for me to play games for eternity, I need you to capture the culprit. Understood. Well, after all, we need to repay you for helping them. I could not discuss this with the Basilicum, so thank you. So, no one in the Basilicum knows about this? Right, I cannot relay details that could cause concern in the public. Wait, the real reason why you were playing games in your room was... As you suspect, I was trying to avoid contact with everyone. Well, also because of the major update to the online game rules too. Ify? Ify, there's a call for you. That's not my cell ringing. Excuse me, it seems like it's mine. Hello there. Lady Bird, Lady Bird! Yes, did you? Renren found the enemy! Wonderful. Where's the enemy now? Renren can see the enemy going to Lowy. Please hurry. What perfect timing. We will head there, so hold the enemy off. Roger! What was it called? What's this about an enemy? Renrens... 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 Ah, Renrens spotted the enemy who took my power. I'll explain along the way. hieß es nicht in Lowy. Es ist einfach nur... add enemies... ... und... ... Dingens. Change Items, genau. Party, Partner-Setup. Tut mir leid, dass du wieder im Hintergrund bist. Wobei. Die haben den C-Skill. Physical Damage Resistance, HG, SP Consumption. Minus. Hm. Oder packe ich... Ah, aber die ist ein paar Level... Die ist ein paar Level höher, daher würde ich sie lieber oben lassen. Hm. Ich kann ja immer wechseln zwischendurch, ne? Ähm. Jetzt solltest du... Nichts Neues haben, okay. Extra Spiral Break und Blade & Spear. Hm. Either Human or in CPU Form. Ah, das wird es. Ah, macht aber eine Menge Guard Damage. Tons of Guard Damage. Das können wir noch... Das können wir noch auf jeden Fall am Anfang nutzen, muss man aber mit zwei extra reingehen. Oder drei. Hm. Alles ist interessant. Und ihr kriegt erst welche auf... Ähm. 25. Also, in 2000 Erfahrungen kriegt, äh, Ify ihren ersten Ex-Zweif. Femmry Wolf. Ich hab das Gefühl für Feuer, ist hier in diesem Gebiet, äh, effektiv. So, how did you find out about culprit? That was easy. I wanna say that a Louis Evangelist's conversation was pulling strings. Conversation. Do you know this conversation? No, never heard of one. How about you, Neb? I know what a Conveyor Belt is. I'm not in the mood for jokes now. How about you, Compa? I've never heard of that name before, either. My intuition tells me that this conversation is the one who stole my powers. How... How can you tell? My sixth sense? In all seriousness, it is because only Neptune was targeted. Despite the motive to kill over Lord Warschippers, Ify and Compa were spared. True. So, I suspect Neptune was targeted because she is a goddess. I doubt there are many who seek to harm the goddesses. Odds are likely that the culprit is someone under CPU Lady Whiteheart. Ooooooh, this is starting to sound like a mystery novel. But why would Neb-Neb's life be targeted while Lady Word was spared? I assume they knew I had no interest in the console walls, so they let me live. That strangely makes sense. Lady Word, that is amazing. Oh, all I did was his sane evaluation through what we knew already. Eieieiei. Ich hab's gefühl, es ist wieder ein extrem riesiges Kigib. Und natürlich wieder... Alles... Absuchen, was nur geht. Na komm. Das ist du, Reddish, ja? Okay. Hm. Es sollte eigentlich fein sein vom Level her, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ach, shit. Es sei denn, die... Aua. Es sei denn, die Wolves sind die jetzt noch schlimmer, als ich erwartet habe. Okay, aber die geben Virus. Eigentlich müsste ich mich ja zuerst mit Degu kommen, ne? Kann ich euch beide rein? Was? 2600? Nee. Doch. Tatsache. Tatsache. Lol, wat? Hm. Hm. Ich mach doch mehr Schaden, als ich erwartet habe. Hm. Ah, hier kriegen wir die Wolfpelt her. Ja, okay, cool. Was? So ein Fick, wie war es das da? Ne Mischung aus Chicken und Pegasus, oder? Das gefällt mir irgendwie nicht. Aua. Das hat nicht zuhört. Aua. Ich kann es warten. Es ist Zeit für deine Medizin. Jetzt, was soll ich tun? Tönen. Ich gehe nicht so leicht. So richtig. Und mal ein paar Pläne fertigstellen. Und Copper Oil gibt's hier auch. Okay, gut zu wissen. Ich hole noch das hier. LG Fragment, okay. Was haben wir hier noch für einen Gegner? Ein einzelner Horsebird. Okay, cool. Apokalypse Nova. Guck ich mir doch gleich mal an. X-Drive-Ivy. Zwölf mal tausend. Ja. Ja, das, das. Ja, ja. Und dann alles in der Umgebung. Oder einfach nur ein Enemy. Das frage ich mich gerade. Das guck ich mir gleich mal an. Zwei Heal-Dogus. Das gefällt mir so gar nicht. Krieg ich beide rein grad? So auf jeden Fall nicht. Ich will dich jetzt einfach mal testen. X-Drive. X-Drive. Ah, okay. Und dann alle, die in dem Radius da sind. Ich möchte mal gucken, wie das... Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr. Ja. Ich glaube, ich verliebe mich gerade in die X-Drive-Skills. Ich habe noch ein paar Minuten. Moment, ich wollte eigentlich Pläne Waffen. Hier, Dragon Claw. Oh, ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Ich habe so ein gutes Gefühl dabei. Dolphin Tail. Und Black Galefieler. Ah, die haben wir dann wahrscheinlich da bekommen. Oder hier? Ne, da. Illegal Memory. Das könnten wir eigentlich machen. Aber mal schauen. Kompass auch gleich Level 25. Bestimmt ist das einfach nur ein extrem krasser Heal. Also zumindest hoffe ich das. Einfach mal alle Gegner respawnen lassen. Cool. Haha. Ich wundere mich, ob es ein rarer Item ist. Das sollte gut sein. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es hier ein bisschen mehr, ähm, Dinge gibt. Ne, das ist der... Ey, den Wolf kenne ich doch. Den kenne ich. Okay, dann muss ich mal gucken, wo es die Dragon Claw gibt. Das ist mir persönlich jetzt nämlich wichtig. Die Frage ist jetzt, zwei Gebiete sind wieder zwei Gebiete, ja? Was zum Fick ist das? Was zum Fick ist das? Käfer, Swallowtail und... Kupo Kitty. Ich hätte nicht gedacht, dass du so wenig aushältst. Kupo. Kupo ist auch aus Final Fantasy. Kenne ich aber, dass die hier die schweren Gegner sind. Die haben auch noch ein Virus. Die fehlt mir noch weniger. Kau. Big Butterfly Wing und Kupo Kitty Claw. Nein, die brauche ich nicht. Items. Ich glaube, die Healing Cress muss ich mir öffnen, muss ich ein paar mehr kaufen. Ähm, Command, XP Skills, First Aid. Wollte ich eigentlich gerade anwenden. Scheiße. Ich habe noch keine Items mehr. Hm, uncool. Und dann weiß ich, dass es hier jetzt noch weitere Ebenen gibt, die auf mich warten. Ich gucke mich nur ein bisschen hier um. Ich frage mich, gerade gab es hier jetzt auch nochmal einen neuen Schatz. Das habe ich komplett vergessen. Ah, ich habe... Scheiße. Oha. Oha. Ja, einmal wird. Einmal wird mit der Heim. 1700. Was zum Fick. Es ist Zeit für eure Medizin. Lass es mir. Jetzt, wie soll ich es wiederholen? Aus meiner Weg. Jetzt, was soll ich tun? Habe ich mir ein Life-Fragment gekostet? War ja nicht viel. Die Frage ist... Lungert hier jetzt irgendwo ein Drache rum? Ich will dem möglichst aus dem Weg gehen. Ne, hier ist auch einfach nur wieder ein Wolf, kein Drache. Kopf. Das muss sein Ding. Das muss gut sein. Okay. Da vorne haben wir einen Speicherpunkt und ein Event. Aber ganz ehrlich. ich speichere hier ab jetzt. Rangman. Und dann level ich ein bisschen. Beziehungsweise ich werde nachher nochmal rausgehen und mir ein paar Healing Items holen, weil so kann das nicht weitergehen. So kann das einfach nicht weitergehen. Nein. Gut. Ich wünsche euch dann noch ein Wunder... Oh mein, das Item nehme ich da noch mit. Das nehme ich noch mit und dann speichere ich nochmal ab. So. Gut. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Word, mit Neptune, mit Compa und mit IF a.k.a. Üffi. Bis dahin Hauterinnen, euer Justin und tschö tschö.